Wer läuft hier bei uns? Wer läuft hier bei uns? Ich bin kurz hier Robben, damit ich nicht mehr sichtbar bin, wenn ich jetzt kurz auf den Weg bin. Was ist denn ein Fahrrad? Dominik? Ist noch wer beim Kämpfen von euch? Wer bewegte dich gerade? Keiner! Es bewegt mich keiner von uns auf dem Sniperberg. Ich hab mich nicht bewegt. Ich hab ja gesagt, ich bin kurz hochgerobbt, damit ich nicht... Ich hör jetzt auch Schritte. Wer ist das? Wer ist das? Ich... Ich... Ich hör einen Herzschlag. Ich hör einen Herzschlag bei ihm. Ich schieß auf ihn. Nein, nicht auf mich. Der geht jetzt den Berg vorne runter. Wer ist das? Wer ist das? Wer zur Hölle ist das? Okay, fuck. Sehr gut. Sehr gut. So, ich... Ich wechsle die Position. Ich hör hier nichts mehr, weil ich fliegen habe. Ich geh weiter bergauf. Okay. Bleib bei den Fliegen. Habt ihr die gleiche versteckt? Ja, ich hab sie versteckt. Das ist der andere, der dritte, der immer losgeht. Das bin ich. Hast du den gelootet noch? Du gehst wieder zurück in die Halle 2. Ich hab ein bisschen gelootet. So, ist jetzt besser? Okay, gut. Ja... Nicht so rennen hier. Auf Spaß! Auf Spaß! Hab ich ne Toolbox? Ich hab ne Toolbox. Ich hab auch eine. Kaputt, mach. Dann können wir hier hoch. Ey, was macht das Fahrrad auf dem... auf dem... Container? Ja, ich muss nicht falsch. Wir haben jetzt keiner sehen. Ah, ich kann das nicht anbieten, der Mann. Doch, warte. Der Opa kommt mal einen Stück den Berg rauf wieder. Bitte? Junker? Der kommt dann abgelaufen. Von vorne aus dem Village. Von unten Survivor. Okay, okay. In Deckung. Malota läuft jetzt aufs Airfield. Läuft jetzt aufs Airfield unten. Unterhalb vom Tower. OSM, Leute, das Hörer. Okay, hinlegen, hinlegen, hinlegen. Der kommt genau zum Tower. Der läuft zum Tower. Bei der Rauchgranate ist er jetzt. Bei der ganz rechten. Okay, ich geh schon in Position hinterm Elf. Er läuft noch. Wie läuft der denn? Eier von OSM oder Blacks. Hat er ne Waffe? Jetzt grüßt er. Er grüßt. Er salutiert. Gute Idee gewesen. Ich war grad... Er hat ein Zombie hinter sich. Er hat ein Zombie hinter sich. Er hat ein Zombie hinter sich. Er salutiert. Er salutiert hat keinen Zombie hinter sich. Doch, er hat ein Zombie hinter sich. Doch, er hat ein Zombie hinter sich. Ein Crawler. Ich muss offline. Weil halt, komm. Oh, ich hab grad voll Lust, einen Zombie wegzuschneiden. Ich bin jetzt weg, ne? Nein, der lockt uns aus. Der ist ich. Bis morgen. Tschüss. 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 Ja, er ist friendly. Er hat nen Zombie dabei. Er hat auch keine Waffe gehabt. Er hat auch keine Waffe gehabt. Also Olli ist jetzt weg. Nicht schießen, sondern... Ja, ihr macht das schon. Ihr seid der... Ich hab einen kleinen Kopfschiss geh. Wahrscheinlich, dass ich ihn auch gerade abgeknallt hab. Moin Zeit. Ist der Niki ohne Schal? Ja, sorry. Trink. Ja. Bei einem klingt das immer so, als wenn ein Frau rülpst oder so. Ja, vorder ihn halt noch raus. Schon sehr produktiv. Was denn, wie so produktiv? Ich kann mir auch noch einen Sechser nachher holen und dann zeig ich ihm, was rülpst. Ja. Mein Vorbild ist doch Barney Gumbel aus dem Simpsons. Weißt du noch? Hört sich ähnlich an wie beim Niki. Was ist mit dem Friendly jetzt, Jungs? Habt ihr den unter Kontrolle? Wo ist der? Geh auf ihn zu. Ich mein, keiner von meinen Leuten bewegt sich hier. Der ist im Tower oder im Hangar. Der ist auf dem Tower oben drauf, Jungs. Oben, drauf, auf dem Hangar. Hat sich ein... Hat ein Gewehr? Mhm, hat ein Gewehr. Der Acker. Acker ein. Darf ich den abschießen? Darf ich den abschießen? Wenn er zu mir zielt oder zu? Ja, mach QE. Direkt in den Kettel mal mit ihm, bitte. Ich würde ihn gerne abknallen für meine Elfhörer, aber ich würde mich schlecht fühlen. Er ist oben drauf. Er sitzt hier oben drauf. Wo wird QE? Unten ist der Crawler drinnen. Ich denke, das ist einer von den Gegnern, Jungs. Das ist dieser Puckstocks. Ja, den ich gerade abgeknallt hab. Statt, da ist ein Zombie, der jetzt hochkriegt. Ey, da muss man schreiten. Schreiten, sag's einfach. Der Zombie kommt zu ihm hoch. Der Zombie kommt zu ihm hoch. Sag, ich wollte den Zombie klären. Bleib geschossen. Bleib geschossen. Ja, als du eh sofort macht, Alter. Und sich in die Hose scheißt auf dem Dach zu stimmeln. So geil. Ich hab den Zombie mit Kal50 weggekratzt. Ich glaube, er fühlt sich gerade nicht sicher. Also, ihr müsst euch mal mit dem Kontakt aufnehmen. Der sitzt auf dem Tower oben, ganz oben drauf. Der hat keine Munition zu haben, sagt er. Was? Der sagt, er hätte keine Munition. Frag ihn, wer er ist, wie er heißt. Er ist annotiert. So bock, ihn abzuknallen die ganze Zeit, ey. So bock. Ja, mich juckt auch übel in den Fingern. Ich hab schon gesehen. Was ist das bis dahin? 350, ne? Was? Was ist denn das? 350, ne? Ja, jetzt geht er runter. Ich hab auf 400 gesehen. Warte, ich guck auf meinen Plan, es sind 400. 400, okay. Das finde ich genau. Er geht jetzt wieder runter in den Hangar. Ja, er geht in den Tower, nicht in Hangar. In den 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 Hangar. Wir hätten schießen sollen. Ja, ne. Nee, ich hätte ja... Ich meine, ich hab den Zombie genau neben ihm. Ach, scheiße. In 350. War schon cool genug. Das hat ihn bestimmt auch nicht gern, er da oben drauf. Wie heißt's denn? Warte... Warte... Kann jemand mit dem Hangar sein? Ja. Sag ihm, er soll es mit dir schreiben. Direct communication. Okay. Da siehst du seinen Namen. Da siehst du seinen Namen. Hi. Hi. Es ist der... Lesen, der liegt, der da unten ist? Das ist... Was? Ist der Keanu, oder was? Da schreibt der Tesla. Was? Das ist Keanu. Ich bin schwarz für dir. Siehst mich nicht. Das ist nicht Keanu. Oder? Ich trau's ihm zu. Ich trau's ihm auch zu. Was schreibt er denn? Wer ist das in Direct Communication für euch? Wer ist denn der? Das... Beim... Keanu? Ja. Du bist... Du bist... Ja, natürlich. Alter, Mann, ey. Er schießt! Er schießt! Der Finger hat so gejuckt, Keanu. Ich muss achten. Ich muss achten. Ach, wollt ihr euch jetzt hier auf, oder was? Oh crap, ey. Bea, ich muss auf Carcord. Jojo. Achtung. Geh mich mal ein Stück zurück. Ich lauf hoch. Achtung. Geh ein Stück hoch und wisk. Was machst du schon? Ja, mach ich. Mach ich gerade. Ähm. Nun, da wir hier noch alle sind, ja. Ich hab keine Munition. Wieso willst du zum Startcamp laufen? Wo soll ich das... Achso, dass der Keanu stehen. Ob den Keanu gerade nicht in dem Fall entfällt. Schritte auf den Berg, Schritte auf den Berg. Oh ja. Mega, mega. Also, ich hör nix. Positiv. Hab ihn. Wer schieß denn da? Demo. Sehr gut, Eddie. Da reint jemand rum oben auf dem Berg. Nicht mehr. Ja. Es ist Blutfließen. Gleich ist sehr schnell bei Blut. Also jemand hat gerade Dauerfeuerabenteuer gemacht. Er blutet. Genau hinterher. Du blutest, Eddie? Ja. Wie geht's dir? 9, 8, 7. Good job. Bandits killed one, bitches. Kann ich mir eigentlich dein Fahrrad ausleihen? Kann stolz auf dich sein. Dürfte ich mir das Fahrrad ausleihen? Ja, war am liebsten. Ich würde damit nach Norden fahren. Kommst du dann wieder runter, oder was? Ja, ich würde das zurückbringen, aber ich würde das bei dir nur unser Lager machen. Ja, ja. Guter Plan, Keanu. Hallo. Hallo. Hast du... Hast du keine Immunition gefunden? Nö. Kann man nicht rein. Ja, Jungs. Kannst du irgendwas gegen oder so? Ach was. Ich komm mal runter, zurecht. Du brauchst das anzunehmen. Ja. Als ob im Camp keine Waffen sind. Ja. Ich hab ne Immunition. Kannst du nicht? Nee, danke. Ich komm mal so zurecht. Somit erschreck ich's mit dem Maussehen. Ja, das ist wie den Spiegel. Ja. Ja. Äh, ihr könnt hier noch ein bisschen looten, wenn ihr wollt. Ich brauch Blut, ansonsten. Warte mal, warte mal, scheiße. Okay. Ich komm hoch, ich geb Eddy gut. Ich hab drei Stücke mehr. Alle alle, wo ihr rumdödelt, aber ich komm einfach mal. Folgt den Fliegen, ich lieg hier im Raum. Ja. Da liegt was totes. Liegst du da? Ja. Ja. Siehst du mich nicht? Hallo? Hier? Ja. 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 Die sind so leicht zu sehen für Leute. Nee, hab ich fertig den Sperrgebiet. Ich sah da unten gleiche, nur wo ein Crossbox ist. So, okay. Ah, besser. Da kommt einer, da kommt einer. Wo? Ja, ich. Der hat acht Stunax dabei, ne Bandage, M9, Morphine, Flashlight, Hatchet, M9, Huntingknife, Assault Pack, ACU. Also wenn jemand ne Pistole braucht oder so. M9 normal. Ja. Pack die Eidol. Ich brauch ein Painkillers. Was ist das denn? Scheiß, weich drauf. Du bist du? Ich hab kein Klass. Der OSM da. Von dem keiner hochkommt. Da ist da ne M16 drin und acht Stunax. Jo. Komm nicht auf das scheiß Fahrrad drauf. Okay. Bleiben wir ihn holen. Mal rein. Ich muss kurz was schaken. Ah jetzt. Ich kann mir hier echt die Waffe anfliegen. Ja, ist doch gut. Ich kann nicht sprechen. Ich werde jetzt wieder die Position wechseln. Okay, ne Karte, der ist gleich noch gut. Du bringst immer ne Karte. Hab ich. Du kannst meine haben. Im Lager. Voll im Wack. Sehr gut. Im Lager. Ne, ich will meine doch nicht mehr gehen. Über nen Kompass kannst du das. Wo bist du denn? Aufgetaucht. Ja, ich erschieße dich gleich. Warte. Wo ist da, wo ist da? 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 Geh mal nochmal. Geh mal nochmal. Geh mal nochmal einen Schritt weiter nach vorne. Ey komm, rehn bitte Berggrunder. Du willst sterben, gell? Der Opa darf. Nein, ich will, ey. Oh, oder ich bleib bei Flucht von unten weg. Wer schießt? Oh mal. Boah, seid ihr schlecht. noch mal. Hahahaha. 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 Voll geil. Oh, jetzt hat er. Ohhhh. Ich hab geklappt. Ja, jetzt äh. Hab das was? Oh, jetzt. So. Wie muss ich jetzt hier wieder rechnen, ohne dass das Gier weg ist? Einfach nur... Einfach nur Disconnect und wieder drauf. Soll das das Gierdi nicht weg? Das Gier. Der hatte keinen Gier. Der hätte ganz viele Gierdi töten. Daufe Position. Hm? Ich such grad eine neue Pose. Weiß. Hier liegt da, Waffe liegt da, alles da. Du bist ein bisschen auf den Rücken gefallen. Ich hoffe du kommst an dein... an dein Rucksack. Albonne. Aber in Elisabeth könnten wir auch wieder. Ja, da hatte ich aber nicht so viel Zeug drin. Nur ein bisschen medizinisches. Opa. 400 Meter nicht getroffen, ey. Ja, ich hab ihm schnell geschossen, bevor du den wieder abknallst. Ich hab schon eine halbe Stunde gewartet. Ich hab ihn eh gekriegt hier, gell? Ja. Ja. Ich bin jetzt oben auf den Berg. Braucht er Karte? Meine kriegt er nicht. Ist mir alles überlegt. Westlich von uns immer noch Zombies. Ich weiß nicht, ob es unsere sein könnten. Ach die da unten. Sind die immer noch da? Nein, hier ist so ein kleines Umspannwerk. Da sind Zombies. Warte? Warte. Warte, ich markier's kurz, damit ich weiß, wie weit's weg ist. Da sind wir 13 Meter. Das Ding da. Hey, das ist ein grüner Feuchler. Ja. 196, ja, das ist unsers. Okay. Ach so. Das muss nur mehr Action sein. Ne, ich mein... Das ist kein Shooter-Spiel, Jungs. Das wisst ihr, ne? Also ich hide den Body jetzt, ne? Ja. Jo. Und tschüss. Au, 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 au! Warum schießt die? Wer schießt da? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Warte, keiner bewegt sich, keiner bewegt sich. Ich krabbe in meinen Baum zurückgesteckt. Frau Sauna hat zusammen bei mir. Das kam von Osten. Ja. Von Bercht? Es hat sich irgendwie genau angesehen wie neben mir. Alter, renne. Tussi. Wo? Von Bercht, ich hab schon... Ich seh's noch nicht mehr. Hier liegt einer auf dem Boden. Ich hab sie gehört, aufzureden. Also Keanu wurde gekillt. Ja, ja. Hab wohl reden. Wer schießt denn hier? AK. Die kommen von Osten her. Äh, von Westen her. Fuck. Und wo hast du Osten gesehen? Opa, läufst du hier oben gerade? Nein, ich krabbel, ich krabbel, ich krabbel. Ich lieg im Baum. Haben die zum Hangel oder nicht? Die sind bei uns, Ruhe. Sehen sie. Tschüss. Ich hab eh einen. Ich hab' eine Bes gemüt. Ah nicht, kurz, viel Full. Sehr gut. Isekrem erwischt. Ay, ich bin tot. Ey, Leute, ihr liegt alle auf'n Boden. Ew, piss, ich bin, ich bin tot. Bed wolf Dio is auch an einem. Einer von denen sind científic tembel金 incoming getroffen. Weißer ist eh tot. Wer ist Sarkus? Einer von uns. TNH ist auch da Ich glaub der steckt genau neben mir Aber ich dachte das wäre einer von euch gewesen Wo bist du denn gewesen? In der Tanne Ihr liegt alle auf dem Boden oder wo seid ihr? Ja wir liegen alle Ich hocke in der Tanne Ich schritte Ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab 2005 oder Blut Fuck it ey Du hast nah an mir vorbeigeballert Meine Fresse Ich hab ihn, ich hab noch 1900 Ich bandagier mich gerade Ich brauch ein Bloodpack bitte Ich hab noch 1800 Kriegst du gleich Ich hab mich bandagiert Ist TNH auch drin TNH ist auch drin Ist noch nicht vorbei Jungs TNH ist auch da Und Peter Pan ist auch noch da Jetzt hier kommt der nicht wieder nach Ja ist gut Jetzt machen wir uns alle einmal tot Ich glaub ich hör die Stritte bei mir in der Nähe Wenn jemand rumläuft auf den Berg Er ist sofort tot Schritte Ja Er schießt es Ich seh nix mehr Ich kann nichts schießen Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n Er ist jetzt nördlich vom Berg Er läuft hier rüber Ich hab kein Schussfeld Ne, ich hab 1900 Blut Hab Schock Und alles ist hier Nördlich vom Berg Es läuft nördlich auf den Berg einer Ich konnte ihn nicht erschießen War zu schnell weg Keanu, es gilt Ja, ja Er läuft nördlich auf den Berg oder Ja, auf den Bergrücken Niemand läuft von uns Niemand läuft von uns Wer läuft, wird erschossen Und wirklich Schießt einfach, wenn ihr sie seht Wer hat grad Caliber 50 geschossen Ich Wer schießt AK Niki schießt, trifft nicht Ja, weil ich immer fragen muss, wenn das von euch läuft Ich hörst du nicht Eddie, ich lieg neben dir, glaub ich, gell? Rechts neben dir? Ja, ich hörte Nein, du bist weiter am Berg runter Ich bin oberhalb Okay Aber hier liegt Okay Du bist, glaub ich, ein Typ hier gespawnt Das sah so aus Ich bin gespawnt, gerade Also, oberhalb von euch müsste noch ein Typ sein Ja, der ist eben von Westen nach Osten hier an mir vorbeigerannt Ich hier Auf der Tussi Ihre Augen, also mein Kopf und ihr Kopf sind eins quasi Das ist nicht gut, weil du bist super getart und sie nicht Ähm, was soll ich machen, äh? Raus connecten, haben wir schon gar mal gesehen Ich hab aber einen Schock, dann krieg ich hier Epi-Timeout Nächsten Serveristar Weiter Bin jetzt wieder gleich beim Tower, habe zwei Zombies umgelegt und ich blute Okay Schock aus Können Sie auch nicht helfen Bad Wolf 2, du dumme Nutte, du liegst hier vor mir Hast du ihn getötet? Ja klar Nice Was war der? Die Frau Ja BAM Ja klar Ähm, ich hab einen Typ hier rumlaufe Ja, wer rumläuft, wird erschossen Wer läuft, wird erschossen Ja klar Ich hab einen, durch gerade Frau getötet, da gab auch gerade einen Mann, deswegen Ja hier ist, denn ist hier noch einer Ja, diesem Peter Pan gibt's da Da läuft einer, da läuft einer Ja, ich laufe übers Erfühlt hier Mit dem einen Zombie Kann ich den Hangar laufen, töte mal den einen Zombie, geht das? Läuft wieder einer Hab einen Ja, machen wir Jawoll, ey, jawoll Peter Pan 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 gibt's auch noch Verschiedener Einer liegt vor, der einer liegt hinter mir Wie geil Lass mich verbrüchen Gegen Zobi geschossen oder gegen Typen Gegen Typen, Alter Nein, ich meine eine, wo gerade geschossen hat Der hat mich wieder geschossen, hat mich wieder geschossen Ja, der Kombi hat mich geschossen Sind beide blind wie immer noch nicht Leise bitte, leise bitte, leise bitte Lassen? Das klingt, als würde er mal einzelne Schritte machen Ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich hab Sanduhr, 1900 Blut Mach alles, alle vier Blutest du? Ne, ne, ich hab nur Timeout gekriegt Halbe, halbe Sanduhr Ach so, das ist, weil du uns, weil du zwängig Blut hast Ja, 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 ja 1900 hab ich nur noch Peter Pan war's kein Peter Pan war's kein Nein Nein Okay, das ist, das ist das Das war's jetzt Das war's ja Der TAA Respot nicht mehr Also muss ja irgendwo bei uns in der Nähe sein Boah, Jungs, vorbei, ey Peter Pan und TNA sind beide im Menü Bad Wolf 2 ist auch wieder da Aber Jungs, ich würde jetzt, keine Ahnung, was machen wir jetzt? Haben wir Democore schon mal erwischt? Ja Ja, der mach schon Gut, der ist nämlich auch bei dem im Channel am Kanal Okay, in jedem Fall Hier liegt ne G17 und ne AK Cobra mit drei Magazinen, Bandage, Bloodpack Leute, ich bin in Tower, ich bin oben auf den Tower und ich schieße Eddy? Ich bin schon wieder Timeout Eddy ist neben mir also Gut, ja, ich komme runter Da liegen zwei Leichen, der eine hat noch einen Bloodpack drin Ich bei der Tussi Ich hab auch einen Bloodpack Ich hoffe, Echen wird jetzt nicht erschossen Genau, so hab ich noch vorgestellt Der eine, der eh grad gemacht, ganz nett die Form Der einzige, der von uns wirken, von dem ich begann Die andere Tanne Oh mein Gott Ich lieg hier irgendwo Ich hab die hier beide nicht herum Tanne? Ja, habt ihr Hallo Gilly, das bin ich Hi Gott Den Typen hier, ne, den hast du umgeschossen Und ich hab ihn in den Kopf von hier geschossen Ja Ja Farbe Na Da liegt die andere Schlampe und blutet quasi Ja, die hat eine MP5 SD dabei Ich guck mal eben oben nach bei der Leiche Nein Kann jemand die... Ich hab Platz drin Ich hab keinen Platz mehr Ja, sonst schmeiß ich die M16 weg, die ich mitgebracht hab Irgendwer wollte ja eine Waffe haben Ja, wir müssen halt erstmal... Die Sache ist, wir haben unentiviert... Hahahaha Er liegt im Baum Ihr müsst eure Position wechseln, Leute Wir müssen hier weg Ja, wir müssen hier weg M4CCO Guck mit Guck mit Matches Kompass Also, falls noch wer Map Falls irgendwer Survival Kram braucht Die ist ganz viel Ich hab zwei Ich hab zwei Bandit kill Ja Das ist wieder ausgerüstet Ich hab nen Kill und nen Bandit Ich bin tot Mal wieder Na ja Na ja Na ja Na ja Ja Jaa Ich hab eine M4... M20 M4CCO M4CCO Jaa Das werden wir hier rumhütteln Jaa Das haben wir von uns damals im Knall auf dem Lager Na ja Also, hier liegen noch mal ein paar Leichen Ich komm mal gleich hin Wahrscheinlich werde ich von denen wieder erschossen, aber auch jetzt What have I done? Oh nein Ich hab meine M14 glaub ich grad vernichtet Egal M4CCO Er klopft uns, hm N4CCO KV Deeper KV 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 Der Opa muss hier Guck Er hat kein Gewirr mehr, er hat sie gelootet Ich bin fertig, ich bekomme Plexiger komplett ausgerüstet Perfekt Bist du schade? Nein, mach nicht, ich konnte noch richtig zu dick um das Profil zu ändern Sseika? Wie lief bei Sseika? Habt ihr den Sseika bekommen? Der ist Nari, Alter Nein, 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 das war gut. Ich habe noch 7000 Euro gelegt. Ja, das ist gut. Geht ihr weg, Jens. Ich auch. Geht's dir Pläne? Gebt mir eine Koordinate. Erstmal weg, bitte. Ich bleibe auch da, wo ich bin. Mich hätte niemand gesehen. Ich hätte niemand gesehen. Nein, da sollte ich immer den Weg ins Haus geschaffen. Ja. Ich würde sagen, dass du hingehen, Jens. Ich brauche neue Positionen und alle. Ich muss mich erstmal... Keine SD-Munis mehr, nichts mehr. Warte, warte. Fast 3 Magazine habe ich jetzt gerade in die Reihen geblasen. So, eine Leiche versteckt. Alles verpasst. Alles verpasst. Wir haben die alle umgebratzt gerade. Haben wir die MP5 SD schon gelootet? Dann nehme ich die mit. Nee, nimm ruhig. Eddie, hast du frappst? Ich habe alles gefrappst, ja. Ja, schon. Hö, ja, voll. Ja, dann komme ich mal wieder online in den Kumpelstern, ne? Ja, wir haben es auch ohne Terminal gemacht, ja. Hier oben ist alles ein bisschen fliegelig, musst du aufpassen. Hier ist verdammt fliegelig. Nicht wieder fliegel? Alle. Alle. Ihr Stück, glaube ich. Hättest du mich ankündigen können, dabei. Können wir jetzt hier weg? Hättest du fast erschossen. Wollt ihr mich noch mitnehmen, warten? Nö. Also ich weiß ja nicht, OSM. Wir müssen hier auf jeden Fall kurzzeitig mal einen langen Schuh machen. Also ich will nach 47, 130 fahren. Oder nach 47, 138 fahren. 248 sind, wenn wir mal perfekt und starten, hier geht es leider nicht. Also bei der Sicht können wir sogar nach 39, 146 gehen. Ja, dann warte doch, ich komme gerade rein. Steht das Fahrrad dabei? Hier sind Fahrrad bei Lothar. Hier liegt das Fahrrad bei Lothar. Gut, war das denn noch genutzt? Äh, safe oder? Ja, liegt da Loth rum in Lothar? Kann man draufsteigen? Da gab es einen Tricks mit irgendeinem Rutsch, immer rundherum, man stellt sich sogar auf oder so. Genau. Ach wann. Wo seid ihr jetzt? What denn? Ich verstrecke gerade Leichen. Ich bin beschäftigt. Ähm, aber loote die bitte vor, oder? Weil ich kann jetzt auch noch hier eine Bündnis ausrüsten. Jetzt nur noch Blut und Blut, oder? Warum heidest du da? Ja, nein. Hier liegt noch, hier liegt noch, hier liegt noch eine Bündnis in Lothar. Könnte mal irgendeiner runtergehen und denen den Channel erzählen, dass es, ähm, ihr waren? Das wissen die doch. Peter Pan ist damals Bauvorsitz noch nicht eingestanden. Höchst wahrscheinlich nicht. Hier, Leute, hat mir Kloke. Eine Kirche. Okay. Ich habe gelbe Kette beim Einloggen. Ja. Äh, negativ. Ähm, kann jemand nach Valota unterschaden? Ist jemand in Valota irgendwo? Nee. Nein. Nein, nicht. Genau. Wo seid ihr? Bei den Hangern halt noch. Nein, im Dorf selber. Einmal stimmt. Dort ist keiner von uns, nein. Okay, da sind nicht Zombies. Okay. Er hat mir auch noch nie. Lothar. Range finden. Leut, sie gibt alles. Ich höre ein Zombie. Hier läuft, hier läuft ein Zombie. Hast du alles checkt? Nein, da bin ich nicht, die Frau bin ich nicht, die Frau bin ich nicht, die Frau erschießen. Weißer Mensch ist alles checkt. Die Frau, die weiße Frau, die rumläuft, der schießen. Keanu, bist du das hier? Nein, andersrum, andersrum, dreh dich um. Dahinter dir läuft eine. Hinter dir, genau da hoch, auf dem Berg hoch. Ja, da oben läuft eine. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie auch, das ist eine Frau. Mach das doch mal kurz kurz. Ja, die hat einen Zombie, also genau. Er schießt. Ach, das war TNH? Nein, das war nicht TNH, er ist noch. Nein, die läuft hier noch, die läuft hier noch. Nicht den Mann erschießen, die Frau. Läuft jetzt zur Baumreihe. Läuft jetzt zu dir, sie steht jetzt genau richtig vor dir. Juhu, ich habe TNH erschossen. Sehr schön. Wer schießt Glock? Die da oben schießen. Ich schießt Glock auf die Frau. Okay, sie läuft wieder hoch. Achtung, die läuft genau neben dem. Schießt nicht auf euch. Jetzt, jetzt habt ihr sie, oder? Sie blutet, die schweine. Sie blutet, ist tot, ja. Der Zombie ist akkot, Zombie ist akkot. Er schießt den Zombie. Die Frau ist nicht tot. Ich auch nicht, aber die verblutet fast. Draufschießen. Der Zombie ist nicht tot. Der Zombie ist nicht tot. Da, guck, weg. Da ist noch einer gespawnt, wer ist da? Ja, das war sehr komisch. Da steht noch einer davor. Da ist noch einer gespawnt. Er schießt den auch noch, Starbucks. Wo? Nein, nicht spawnt. Oder was? Wer ist schwarz? Ach, das ist Keanu, oder was? Ja, natürlich, die ganze Zeit schon. Die steht wieder auf. Da rennt eine Frau. Die Frau lebt doch. Schießt die doch kaputt. Leute, verladen die Tore. Da rennt eine. Lass die doch einfach leben. Lass die laufen, lass die laufen. Nein, die spot ist doch für die anderen. Okay, wir sind gebraucht. Nein, wir sind gebraucht. Ist doch egal. Achtung, hier rennt jemand. Das bin ich. Ich schieß nicht auf euch. Okay. Der rennt so ein Typ hier rum mit blau-weißen Gesicht. Das ist einer von denen. Seht hier. Ah, ich hab was gefunden. Wer ist mein Frau? Da, wo du vorhin gelegen hast, wo ich gesagt hab, geh woanders lang. Lauf so rum, dann müsstest du ihm den Rücken schießen. Bitteschön, da liegt er. Ich hab da 1,50. Ich geh da nicht jetzt mal ran an den Fall. Nee, nee, Keanu und Starbuck sind da. Tod, Isel drin. Eine Gedeckminute für den Kalender. Keanu ist doch der Geilste. Da liegt noch einer von denen.